Musik Bekanntlich wird es heuer in Althofen-Kärnten durch den Coronavirus kein Startfest geben. Geplant war auch der Programmpunkt Althofen sucht den Superstar. Im Vorjahr waren von den 16 angemeldeten 13 Talente beim Wettstreit angetreten. So wie es eben von der Castingshow in Deutschland DSDS gibt, möchten wir das auch in Althofen machen. Und zwar Althofen sucht den Superstar. Jedes Kind im Alter von 3 bis 18 Jahren hat die Möglichkeit, sein Talent auf der großen Bühne zu präsentieren und wird natürlich da auch mit einem Preis gekrönt. Musik Ich hebe nicht ab, wenn du mich an musst. Ich hebe nicht ab, wenn du mich fragst, was ich mag. Ich höre nicht hin, wenn du von Tüterberg bist. Ich sag, du hörst uns, wenn du einfach bei deiner Mitten liegst. Man sieht sich immer zweimal und mir wäre lieber keinmal, keinmal mehr. Musik Ich kann mich anzusehen, es ist wahr. Nun wird's mir klar, hier fühl ich mich zuhause. Endlich sehe ich das Licht und die Schatten zieh vorüber. Musik Yeah, not trying to make your own mind Yeah, ain't no need to apologize No, but you're gonna have to let this shit go Yeah, yeah, yeah Come on, look at the other She asked me, son, when I were one Will you find me a house of gold? And when your father turns to stone Will you take care of me? When the night has come And the land is dark And the moon is the only light we'll see No, I won't be afraid No, I won't be afraid Just as long as you stand Stand by me Feeling like someone South of the equator navigated Gotta hit the road Gotta hit the road Deep sea diving round the clock Bikini buttons like a tongue I could be a yesterday's Time flies by I'm a stolz voran Und ich wach und stark Und ich freu mich Dass ich bei euch sein kann Heut was in mir Tick mich fort von hier Was ist los mit mir? Dieses Licht Das wird scheinbar Und ich blende Regenbogenfarben Komm, komm Lass die Welt erstreien In Regenbogenfarben Man sieht sie überall Drei Regenbogenfarben Drei Jurymitglieder, zwei Frauen und ein Mann beobachten beim Matchdreit Althofen sucht den Superstar 2019 die 13 Talente ganz genau Allesamt lieferten an diesem Tag eine perfekte Show ab Spannend waren dabei immer wieder die Punkte vergaben Stellt sich die Frage, wer hat denn die Jurorin ganz speziell überzeugt? Elina, Teresa, Anna Anna Ich wünsche euch alles alles Gute Ihr seid Althofen super superstar Platz Nummer 1 Gratuliere Oh, bist du aufh Anna Scheriau, Elina Stari und Teresa Heinig überzeugten mit ihrer Performance beim Wettstreit Althofen sucht den Superstar 2019 Also wir trainieren das ganze Jahr über und haben uns sehr fleißig für diesen Wettbewerb ähm 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 vorbereitet Es waren alle Talente auch wirklich gut und es hat jeder geübt glaube ich und das war eigentlich eine ganz super Veranstaltung Ein Hoch auf das, was vor uns geht Das es das Beste für uns gibt Ein Hoch auf das, was uns bleibt Auf diese Zeit Auf diese Zeit Ein Hoch auf uns Auf dieses Leben Auf dem Moment Der immer bleibt Der immer bleibt Es bleibt Ebuchen Jugend Untertitelung des ZDF, 2020